Mehr als 300.000 Beschäftigte auf der ganzen Welt. Ein gemeinsames Ziel. Die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten verbessern. In einer Apotheke in Frankfurt gegründet, vor mehr als 100 Jahren. Heute eines der führenden Gesundheitsunternehmen weltweit. Wir sind da, wenn es darauf ankommt. Mit Therapien von Weltklasse. Mit führenden biologischen Medikamenten. Hochwertiger klinischer Ernährung. Mit modernster Medizintechnik. Einer ganzheitlichen Versorgung. Ambulant und stationär. Wir schützen Leben. Wir retten Leben. Und manchmal helfen wir auch, neues Leben zu schenken. Wir arbeiten an der Zukunft der Medizin. Wir sind Future Fresenius. Das ist corrupt, Milose acht proposedt. Wir arbeiten an der Medizin. Über crashen sich durch. Wirarbeiten noch ein Verhalten. Wir arbeiten, солigisch ausgéhen. Wir Dateln, stre 있고. Wir sehen.